Wie man so gute Angebote macht, dass sich die Leute dumm fühlen, wenn sie es nicht annehmen. Genau das ist das, worum es heute geht. Ich zeige dir meine besten Learnings aus dem Buch 100 Million Dollar Offer von Alex Homosi und zwar in ganz komprimierter Form, so dass du überlegen kannst, willst du diesen Schinken lesen oder schaust du einfach nur dieses Video. Legen wir los! In dem Buch von Alex Homosi 100 Million Dollar Offer geht es darum, wie du dein Angebot zu einem, er nennt es Grand Slam Angebot, umwandelst. Ein Angebot, was also so gut ist, dass Menschen sich dumm fühlen, wenn sie es nicht kaufen. Und in diesem Buch sind tatsächlich einige geniale Ideen verarbeitet, die dein Angebot sofort besser und attraktiver machen. Und ich möchte mit dir jetzt in diesem Video einmal die wichtigsten Punkte durchgehen und werde sie dir aus meiner Perspektive wiedergeben. Manchmal natürlich auch mit dem Originalton von Alex Homosi. Starten wir durch mit dem Inhalt. Also als allererstes sagt Alex Homosi, und das ist vielleicht hier auch schon mal das ganz wichtige Grundverständnis, die meisten Unternehmen machen einfach unattraktive Angebote. Das heißt, wir haben unattraktive Angebote, die so einfach so langweilig sind, so Standard. Und weil wir so Standardangebote haben, haben wir die Konsequenz, dass Marketing für uns sehr teuer ist, Verkauf sehr schwierig und wir kriegen wenige Empfehlungen. Das alles macht natürlich das Unternehmerherz unglücklich. Und deswegen hat er dieses Buch geschrieben. Er beschreibt in dem Buch natürlich auch über, ich sag mal typisch amerikanisch, die Storys, was alles passiert ist. Man kann die Hälfte davon eigentlich nur glauben, weil alles klingt so absurd, aber wahrscheinlich ist es alles wahr. Der Content in dem Buch, der fängt allerdings erst ein Stück weit später an. Und deswegen steige ich jetzt direkt dort mal ein. Er beschreibt in dem Buch ein Grand Slam Angebot. Und das Grand Slam Angebot hat unterschiedliche Facetten, damit es so attraktiv wird, wie es halt sein kann. Und das Grand Slam Angebot ist dann vor allem besonders interessant, wenn wir den Wert unseres Angebots erhöhen können. Und hierfür hat er uns eine Formel mitgegeben. Und die Formel fand ich ziemlich smart. Die Formel heißt nämlich, dass wir die Erfolgswahrscheinlichkeit, so die deutsche Übersetzung, Erfolgswahrscheinlichkeit mal den wahrgenommenen Wert, die beiden Faktoren wollen wir erhöhen, durch Aufwand für den Kunden mal Dauer bis zum Ergebnis. Die beiden wollen wir natürlich senken. So, das heißt, wir haben hier vier Faktoren, die eng miteinander zusammenhängen, die durch eine Multiplikation miteinander zusammenhängen. Das heißt, alleine einen einzigen Faktor zu verbessern, sorgt dafür, dass das Angebot exponentiell besser ist. Zwei Faktoren macht das Ganze noch viel stärker. Und ich kann dir da auch vielleicht schon die erste Erkenntnis aus meiner Praxis wiedergeben. Es reicht ganz oft, wenn du einen davon schon richtig verbesserst, dass dein Angebot nach außen ganz anders wahrgenommen wird. Das heißt, als allererstes beschreibt er den Punkt, steigere den wahrgenommenen Wert. Und hier spricht er von der Transformation. Und das ist eine, finde ich, so durchaus plausible Erklärung. Er sagt, wenn du deinem Kunden kennst, dann weißt du, welche Transformation er haben möchte. Also, er bringt unterschiedlichste Beispiele. Zum Beispiel von, du bist übergewichtig zu, du hast deinen Traumkörper. Oder von, du bist broke und möchtest Porsche fahren. Oder du startest mit einem neuen Business und möchtest halt Weltmarktführer werden. Whatever. Dieser wahrgenommene Wert ist die Transformation. Und umso besser und umso größer die Transformation ist, die dein Kunde haben kann. Und umso wahrscheinlicher das Ganze wird, umso interessanter ist es für ihn. Deswegen sagt er, du musst im Prinzip einmal, ist der erste Part, diese Transformation richtig zu betiteln. Also, von werde finanziell frei zu werde der nächste Warren Buffett. So wird die Transformation besser, greifbarer, bildlicher und einfacher vorzustellen. Der wahrgenommene Wert entsteht natürlich auch durch Dinge wie Markenbranding, durch Design, durch andere Themen. Also, der wahrgenommene Wert kannst du einmal für dich ganz einfach machen. Was ist ein typischer Renault wahrgenommener Wert und ein typischer Ferrari wahrgenommener Wert? Natürlich haben wir hier auch technische Unterschiede, ohne Frage. Aber der wahrgenommene Wert geht ja über die technischen Unterschiede hinaus. Und auch hier gibt es zum Beispiel Unterschiede. Wenn man jetzt jemanden fragt, also vielleicht ein bisschen szene-typisch, aber wenn man jetzt jemanden fragen würde, was fährt der für ein Auto, würde der als Antwort zum Beispiel nie sagen, ein Audi. Weil die Antwort ein Audi wäre zu unspezifisch. Das heißt, man würde immer sagen, ich fahre ein Audi A5, Audi A6 zum Beispiel. Anders ist es, wenn du ein Porsche hast, ein Ferrari, ein Lambo. Dann brauchst du halt nicht dazu sagen, welche Modellnummer oder Maserati. Würden wir jetzt nicht mehr sagen, du fährst jetzt hier gerade den, weiß ich was für ein Modell. Das ist halt so ein Stück weit die Idee, steigere den wahrgenommenen Wert, dann sind andere Themen nicht mehr so wichtig. Die Transformation steht hier im Vordergrund. Und der nächste Step ist, und das hängt eng mit zusammen, steigere die Erfolgswahrscheinlichkeit. Also ein Kunde will wissen, wenn er mit dir anfängt zu arbeiten, dein Produkt kauft, deine Dienstleistung in Anspruch nimmt, wie wahrscheinlich ist es denn, dass der Kunde das Ergebnis wirklich erreicht. Das heißt, du kannst es einmal natürlich über Beweise, über Testimonials, über Fallstudien, über Bewertungen zeigen. Und du kannst auch Garantien geben. Du kannst also eine Garantie geben. Dafür gibt es unterschiedliche Arten, komme ich später nochmal zu. Und das Ganze einfacher machen. Also wenn ich jetzt zwei Pizzalieferanten habe und der eine sagt, ich liefere dir Pizza. Und der andere sagt, ich liefere dir Pizza innerhalb von nur 30 Minuten oder sie ist gratis. Dann ist relativ klar, bei wem du Pizza bestellst. Vielleicht haben beide sogar den gleichen Anfahrtsweg und sind beide immer schneller. Aber der eine garantiert es dir. Die Tatsache, dass du eine 100% Erfolgswahrscheinlichkeit hast, sorgt dafür, dass du bereit bist, den zweiten Lieferanten teurer zu bezahlen als den ersten. Eigentlich ganz einfach, aber natürlich in der Praxis nicht immer so einfach umsetzbar. Allerdings sagt er hier, es gibt auch unterschiedliche Arten von Garantien, die du je nachdem, wo du gerade im Business stehst, auch anwenden kannst. Und dazu kommen wir später. Dann beschreibt er die Dauer bis zum ersten Ergebnis. Wir Menschen wollen ja immer die Wunderpille. Wir wollen etwas, was sofort wirkt, ohne Nebenwirkungen, ohne Aufwand, idealerweise günstig und natürlich 100% sicher. Also wir wollen die Abnehmepille einmal nehmen, sofort abgenommen und es gibt gar keine Risiken dazu. Und die Frage ist, wie kannst du Pareto nutzen, um schnell erste Ergebnisse zu generieren? Und er gibt hier auch viele Beispiele. Und die Beispiele fand ich insofern interessant, weil es geht hier nicht um das Dauer bis zum Endergebnis, sondern Dauer bis zum ersten Ergebnis. Wenn du also ein, ich meine als Beispiel, du hast ein Aktiencoaching, so und dann ist das Aktiencoaching vielleicht sogar auf zwölf Monate angelegt. Dann kannst du halt nicht sagen, naja, ich mache dich in zwölf Monaten zum Aktienprofi. Das klingt halt einfach unsexy, weil zwölf Monate, langer Zeitraum. Wenn ich jetzt aber mir anschaue, was passiert in diesem Aktiencoaching und wann wirst du deine erste Aktie kaufen, klug, also die erste kluge Aktienentscheidung treffen. Und das passiert vielleicht sogar nach zwei Wochen. Dann wäre die Aussage hier, wir bieten dir ein Aktiencoaching an, mit dem du innerhalb von nur zwei Wochen die erste kluge Aktienkaufentscheidung triffst. Ganz anderes Feeling, als wenn du sagst, innerhalb der nächsten zwölf Monate oder als wenn du gar keine Zeitangabe machst. Auch hier, wenn du beispielsweise ein Fitnesstraining hast und du sagst, ja, wir bringen dich, also wir transformieren dich zum Traumkörper. Ist schön, wenn ich sage, du kriegst deinen Traumkörper innerhalb von nur 90 Tagen, wird das Ganze wieder viel griffiger, viel klarer. Wir brauchen also diesen ersten, wo ist der erste Meilenstein? Und das müssen wir einfach besser kommunizieren lernen. Das ist die Aussage von Alex Homosi. Senke den Aufwand und die Opfer, die deine Kunden haben. Also die Frage ist, welchen Aufwand hat der Kunde, um jetzt mit dir zu arbeiten? Und vielleicht könnte man jetzt beispielsweise auch hier, also er bringt viele Beispiele von Unternehmen, Fitnessstudios, die jetzt Mitglieder gewinnen wollen für ein bestimmtes Trainingskonzept. Und dann sagt er, na dann bau doch eine Tabelle, wo du einfach deinen Ernährungsplan innerhalb von Sekunden komplett ausarbeiten kannst. Es sorgt dafür, dass der Kunde viel einfacher die Nahrungsmittel bestellen kann. Dann geht er einen Schritt weiter und sagt, na was wäre, wenn du diese Nahrungsmittel als ein Bundle direkt anbieten könntest? Also sagen kannst, kauf das und hier hast du das Nahrungsmittel Bundle, da hast du alle Nahrungsmittel drin, die du für diese Abnehmzeit brauchst. Geniale Idee und so senkt er den Aufwand für den Kunden. Also die Frage, die du dir stellen kannst, ist, was kannst du übernehmen, was muss dein Kunde nicht machen? Was könnte man weglassen, ohne dass es vielleicht stört? Wie kannst du Zeiten reduzieren, die dein Kunde mit dir hat? Also Arbeitszeiten, Aufwandszeiten, Workshopzeiten, Meetingzeiten. Wie kannst du den Content, den du hast, eventuell verdichten, sodass man ihn leichter konsumieren kann? Also es gibt ja durchaus Angebote im Netz, wo du halt irgendwie über 800 Stunden Videomaterial kriegst, ist etwas, wo der Aufwand für den Kunden so immens hoch ist, dass der Preis eigentlich gar nicht niedrig genug sein kann, weil ja einfach der Aufwand zu hoch ist. Also sorge dafür, dass deine Kunden eine große Transformation ganz sicher schnell erreichen, ohne Aufwand. Und damit haben wir im Prinzip innerhalb von einem Satz erklärt, um was es geht. Die Idee finde ich aber wirklich sensationell. Wenn du dich als Unternehmer hinsetzt und einmal genau nach diesen vier Punkten überlegst, wie kann ich den wahrgenommenen Wert meiner Dienstleistung steigern? Wie kriege ich den Erfolg wahrscheinlicher kommuniziert? Was kann ich dem Kunden an Hürde abnehmen? Wo kann ich eventuell ein Risiko teilen? Wie schaffe ich es, die Ergebnisse im ersten Step schneller zu machen und den Aufwand für den Kunden zu senken? All das hat bei uns schon dafür gesorgt, dass wir ein besseres Angebot formuliert haben. Und ich bin mir sicher, das wird bei dir auch klappen. Das war die erste Formel, die er vorstellt und die ist ein essentieller Teil in dem Buch. Er gibt hier sehr, sehr viele Beispiele, aber im Kern war jetzt alles drin, was du brauchst. Das heißt, du kannst dich hinsetzen und überlegen, wie mache ich das? Er beschreibt das Ganze mit einer Übung. Er sagt, lege eine Tabelle an und schreibe immer auf, welche Probleme hat welcher Kunde, also aus welcher immer mit der jeweiligen Perspektive. Also deine ganze Dienstleistung in kleine Teile zu zerlegen und dann zu sagen, wo erkenne ich den Wert nicht? 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 Wo nervt mich die Dauer bis zum Ergebnis? Und wo ist der Aufwand zu hoch? Und so solltest du deine Dienstleistung in ganz viele kleine Teile zerlegen und dann tabellarisch einmal überlegen, was sind denn eigentlich die ganzen Herausforderungen? Und dann kannst du das umkehren, verdichten und dann hast du einen ganz einfachen Weg, dein Angebot richtig geil zu gestalten. Der nächste Step, er redet natürlich beim Angebot, das ist ja eines der wichtigsten Themen, natürlich der Preis. Und er redet beim Preis, hier hat er ein ganz klares Statement. Er sagt grundsätzlich, du willst dir einen Schmerz lösen. Je größer der Schmerz ist, den dein Angebot lindert, desto höher können die Preise sein, die du abrufst. Und der Schmerz sollte so treffend beschrieben werden, wie nur möglich. Hier hängt natürlich die Transformation wieder dran. So, du solltest dir auf jeden Fall, wenn du eine Transformation beschreibst, eine Zielgruppe auswählen, die auch kaufkräftig ist. Also es nützt nichts, eine Transformation für, ich will jetzt kein ethisch schwieriges Thema nennen, aber wenn du jetzt eine Transformation hast und du sagst, im Businessgründer im allerersten Jahr helfe ich zur ersten Million, ist das super. Aber Businessgründer haben in der Regel nicht viel Geld. Es sei natürlich, sie kommen von irgendwo anders mit Investoren im Hintergrund. Aber grundsätzlich ist das keine kaufkräftige Zielgruppe. Du sollst also immer überlegen, wer ist kaufkräftig und kann dein Angebot sofort leichen. Und erreichbar, also wie gut kannst du diese Zielgruppe targetieren? Beschreibt ja auch in dem Buch ganz spannend. Das heißt, wenn du jetzt eine Zielgruppe hast, wo du sagst, naja, ich möchte jetzt nur noch mit Ärzten reden, die in Bali mehrere Immobilien haben, dann ist das eine schöne Zielgruppe, die sicher auch kaufkräftig ist, aber die kriegst du nicht targetiert. Also mit welchem Social-Media-Kanal, mit welchem Google-Kanal, über welche Bezahlversion von Ads kannst du diese Zielgruppe targetieren und dann wird es schwierig. Das heißt, immer dann, wenn es gemeinsame Veranstaltungen gibt, Messen gibt, wo die Zielgruppe hingeht, Kanäle gibt, Communities gibt, wo die Gruppe vertreten ist, dann kannst du diese Zielgruppe super targetieren. Und last but not least sagt er, dass deine Zielgruppe natürlich in einem idealerweise mindestens wachsenden Markt sein sollte, wenn nicht gleichbleibend. Wenn du also Stand heute das Thema Zeitungsanzeigen verkaufst, dann mag es sein, dass es dafür noch eine Zielgruppe gibt und vielleicht hat die sogar Geld, aber der Markt ist faktisch schon seit Jahren sinkend und kleiner werdend. Umgekehrt, wenn du natürlich sagst, ich mache jetzt KI-Coaching als Beispiel, dann hast du einen Markt, der jetzt gerade explodiert, immer größer wird. Du hast eine kaufkräftige Zielgruppe, die auch einen hohen Bedarf hat, einen hohen Schmerz löst und die Zielgruppe ist super einfach targetierbar, weil es sind nahezu alle Unternehmen. Er hat zu dem Thema Preis auch noch einen ganz wichtigen Punkt und zwar sagt er ganz grundsätzlich, Menschen kaufen ein Produkt, wenn sie glauben, dass der Wert den Preis übersteigt. Deswegen musst du diesen Wert besser kommunizieren. Und wenn die Diskrepanz zwischen Preis und Wert unattraktiv erscheint, dann kaufen die nicht. Das heißt, und umgekehrt, um hohe Preise zu machen, musst du einen hohen Wert liefern. Und er sagt, der O-Ton sei absurd teuer. Also er hat ein ganz, ganz klares Statement zu dem Thema Hochpreisleistung, Hochpreisprodukte gesetzt. Er sagt, wenn du hohe Preise hast, wird alles besser. Hohe Preise ermöglichen dir, mit hohen Margen zu arbeiten, mehr Service zu leisten, mehr Extramein zu gehen. Du hast mehr Geld für Innovation, für Weiterentwicklung. Du hast mehr Geld für Marketing, mehr Geld für Mitarbeiter. Und umgekehrt, du hast auch die zufriedeneren Kunden. Denn Kunden, die eine absurd hohe Summe für deine Leistung bezahlen, sind stark committed. Die wollen auch, dass es funktioniert. Die sind, ja, einfach voll mit dabei. Und das ist tatsächlich, sehen wir das auch bei vielen unserer Kunden, dass höhere Preise zu besseren Kundenergebnissen führen. Und das ist ganz einfach. Wenn du jetzt von uns zum Beispiel eine Dienstleistung bekommst und die kostet 50 Euro im Monat. Vielleicht hat sie einen Wert von 5.000, 6.000, 7.000 Euro im Monat, aber du bezahlst nur 50. Dann kann es sein, dass wenn wir ein gemeinsames Meeting machen, dass das Meeting nicht so wichtig ist. Dass wenn ich dir einen, weiß ich, einen Online-Kurs zur Verfügung stelle, dass er nicht so wichtig ist. Dass du dir einfach nicht mehr die Zeit nimmst, weil das Commitment fehlt. Umgekehrt, wenn du jetzt sagst, ich investiere sechsstellig in eine Dienstleistung. Und jetzt, das Thema ist dir wirklich wichtig, wirst du es höher priorisieren. Du wirst dir den ganzen Content konsumieren. Du wirst bei jedem Meeting dabei sein. Du wirst aktiv mitarbeiten und dann werden die Ergebnisse immer besser. Das heißt, sein Plenum, ganz klar, sei absurd, teuer, sei idealerweise der teuerste im Markt. Und er sagt auch noch hier, der Preis hat den Vorteil, dass wenn der Preis extrem hoch ist, die Menschen denken, in diesem Angebot muss ja etwas anders sein. Wenn es so viel teurer ist, als alles, was sonst am Markt ist. Durchaus ein spannender Gedankengang. Das ist das, was er zum Thema Preis sagt. Und dann stellt er noch einige Verkaufsverstärker vor. Also er gibt hier klare Hinweise und sagt, was musst du machen, um in deinem Verkauf es noch einfacher zu haben, noch besser zu haben, deine Angebote noch besser zu platzieren. Die Kernaussage in dem Buch ist ja immer, wenn du ein normales Angebot hast, kannst du im Marketing so ziemlich alles machen. Du wirst niemals exponentiell wachsen oder nur mit enormem Aufwand. Wenn du allerdings ein Grand Slam Angebot hast, also ein Angebot, was so gut ist, dass Menschen sich dumm fühlen, wenn sie es nicht annehmen, dann ist das ganze Thema Marketing löst sich wie von alleine. Du wirst Anzeigen schalten und die werden sofort funktionieren mit einem wirtschaftlichen Return on Invest, selbst wenn sie nicht perfekt geschrieben sind. Die ganzen Verkaufsgespräche werden viel einfacher. Du musst kaum verkaufen, keine Einwandbehandlung machen, weil Dinge sich von alleine durch das Angebot klären. Menschen werden dein Angebot viel häufiger weiterempfehlen und du kriegst im Prinzip ein exponentielles Wachstum. Alex Formosi hat das beeindruckend vielfach geschafft. Er hat mit seinen Unternehmen weit in den sechsstelligen, siebenstelligen, achtstelligen Umsatzbereich gearbeitet, also 100 Millionen und mehr und, glaube ich, ein ganz gutes Aushängeschild dafür, dass seine Taktiken funktionieren. Und er beschreibt noch, was kannst du als Topping obendrauf geben, dass dein Angebot noch besser angenommen wird. Hier beschreibt er folgende Dinge. Als allererstes sagt er ganz klar das Thema Verknappung. Du solltest also dein Angebot immer verknappen, denn die Furcht vor Verlust ist stärker als der Wunsch vor Gewinn. Und wenn Interessenten noch im Prinzip den letzten Impuls brauchen, dann ist die Verknappung das, was am besten hilft. Wichtig, er sagt hier auch ganz klar, du darfst auf gar keinen Fall lügen. Also verknappe es, wie es realistisch ist und wie es auch nachvollziehbar ist. Und du kannst aber Dinge dennoch künstlich verknappen. Und er meint, das machen andere große Hersteller auch, die zum Beispiel Smartphones produzieren. Die könnten die Kapazitäten produzieren, aber dadurch, dass sie es bewusst nicht machen, sondern sagen, wir haben jetzt nur eine limitierte Auflage. Wir haben jetzt nur die Möglichkeit, also du kannst vorbestellen, aber es ist nicht sicher, dass geliefert wird. Diese ganze Verknappung sorgt dafür, dass wir es umso mehr haben wollen. Und nicht umsonst werden die besten Supersportwagen, die schönsten Handtaschen, die wertvollsten Schuhe, Mäntel, Hemden etc. immer in limitierter Auflage produziert. Auch eine Luxusuhr bekommst du halt nicht immer, nicht sofort und vielleicht auch gar nicht das Modell, was du haben willst, nur weil du Geld hast. Das heißt, auch hier gibt es tatsächlich immer die Verknappung. So, die Dringlichkeit. Der nächste Part. Er sagt also, idealerweise sorgst du dafür, dass dein Angebot immer nur in einem bestimmten Zeitraum annehmbar ist. Er sagt, einmal pro Woche, einmal pro Monat. Du kannst also nicht immer rein starten, sondern du kannst halt immer nur zum Start der nächsten Woche zum Beispiel beginnen. Wenn wir jetzt heute den Freitag hätten, dann könnte ich sagen, pass auf, lieber Kunde, wenn wir starten wollen. Wir haben immer nur montags den Starttermin. Nächste Woche Montag wäre also ein Starttermin und ich hätte noch einen Platz für dich frei. Sofern es stimmt. Ich hätte noch einen Platz für dich frei. Wenn du also heute mir dein Go gibst, dann kann ich dich für Montag einbuchen und wir können direkt loslegen. Ansonsten musst du noch eine Woche mehr warten. Mindestens, weil wir haben für die Woche drauf auch schon einige Anmeldungen. Und da kann es sein, dass wir dann keinen Platz mehr frei haben. So, das ist diese Dringlichkeit. An der Stelle auch eine gewisse Art der Verknappung, die er mit reinbringt. Er sagt auch, du solltest jedes Angebot immer mit einer Promo versehen. Da kann man natürlich drüber streiten, aber die Aussage ist erstmal die Aussage. Er sagt also, finde immer einen Anlass. Und er findet immer einen. Neujahr, Frühling, Fasching, Ostern, Black Friday, Black Weekend, Cyber Monday, Wiedervereinigung der Spalttablette, völlig egal. Du findest immer einen Anlass, damit dein Angebot irgendein Promo-Angebot hat. Und dann gibt es in diesem Promo-Angebot einen bestimmten kostenlosen Boni on top dazu, aber den gibt es nur mit der Promo. So erzeugst du Dringlichkeit. Und er sagt auch, Preiserhöhungen sollten regelmäßig stattfinden und immer vorher laut angekündigt werden. Sodass du im Prinzip immer sagen kannst, wir werden zu diesem Tag Preiserhöhungen machen und erzeugst damit eine Dringlichkeit, dass die Menschen natürlich bis zu diesem Zeitpunkt bestellen. Dann gibt es wieder Werbeaktionen, dann gibt es wieder die nächste Preiserhöhung. So drehst du die Preisschraube und sorgst immer für Dringlichkeit und Verknappung. Ebenfalls sagt er, erzeuge Bonus oder Bonis für deine Kunden. Denn ein Bonus macht dein Angebot wertvoller und sorgt dafür, dass das Gesamtpaket größer wirkt. Und er sagt auch, wenn du keine Bonis hast, kann es auch sein, dass du etwas aus deinem Angebot rausnimmst, um dann einen Bonus wieder dazu zu geben, um das also dazu zu packen. Einer der wichtigsten Tipps von ihm ist auch zu sagen, du darfst niemals einen Rabatt auf dein Produkt, auf deine Kerndienstleistung geben. Deine Kerndienstleistung darf niemals rabattiert sein. Du kannst immer Bonis mehr mit dazu packen und dann packe lieber mehr Bonis dazu. Aber wenn Kunden merken, dass du Rabatt auf deine Kerndienstleistung gibst, erziehst du sie damit in die falsche Richtung. Fand ich einen guten Gedankengang, zu sagen, ich gebe lieber einen kostenfreien Bonus mit dazu und erhöhe so den Wert meiner Dienstleistung, anstatt einfach den Preis zu reduzieren. Das Ganze kannst du dir jetzt hier auch sehr gut kombinieren, nämlich mit dem Gedankengang, löse Probleme links und rechts von dir. Das heißt, überlege einmal, welche Probleme hat dein Kunde vor, während und nach deiner Dienstleistung? Und jetzt könntest du beispielsweise sagen, also du weißt ja, ich habe eine Agentur für Marketingautomatisierung und wir helfen Unternehmen, viel mehr Umsatz mit den bestehenden Leads zu machen. Und wir garantieren übrigens auch einen Erfolg an der Stelle. Und so kann ich jetzt überlegen, okay, welche Probleme haben meine Kunden denn vor meiner Dienstleistung? Da fängt es an zum Beispiel bei dem Thema Leads generieren und da ist auch die Baustelle, dass Unternehmen vielleicht auch noch ein besseres Angebot brauchen. Deswegen haben wir jetzt kostenfreie Online-Kurse, die wir unseren Kunden mit dazugeben, um einmal zu wissen, wie kann man einfach Leads generieren? Und natürlich auch ein Coaching, wo wir Kunden helfen, ein besseres Angebot zu formulieren. Dann haben wir Probleme unserer Kunden eruiert, die während unserer Dienstleistung stattfinden. Hier haben wir zum Beispiel festgestellt, dass nicht alle Kunden die Leads, die wir generieren, telefonisch nachfassen können. So haben wir angefangen, bei uns das Thema KI-Telefonie mit aufzubauen, um einfach diesen Engpass zu lösen. Und wir haben festgestellt, es gibt Probleme nach unserer Dienstleistung. Nicht jedes Unternehmen hat ein CRM-System, nicht jedes Unternehmen hat einen Online-Kalender. Das sind alles Systeme, die wir Done4U mit einrichten und dafür sorgen, dass einfach das Unternehmen einen perfekten Workflow im Vertrieb, im Follow-up hat. Und genau das sind die Überlegungen, die du auch einfach machen kannst. Was sind die Dienstleistungen vor, die Probleme vor, während und nach deiner Leistung? Und im Endeffekt ist das etwas, was auch die ganz großen Konzerne machen. Wenn du einmal überlegst, wie hat Apple angefangen? Apple hat im Prinzip mit den Macintosh angefangen und hat dann festgestellt, okay, Menschen haben ja auch irgendwie den Wunsch außerhalb von ihrem Rechner Musik zu hören. Dann gab es den iPod. Und dann hat man festgestellt, ich habe zwei Geräte, einmal den iPod und einmal mein Telefon. Warum das nicht verschmelzen? Dann wurde irgendwann die Überlegung klar, naja gut, wenn ich jetzt die ganze Musik drauf habe, wie wird die denn im Endeffekt abgespielt? So ist das Thema iTunes natürlich eine logische Konsequenz. Das heißt, ich habe die Probleme immer weiter vorher erkannt. Also du hast ein Gerät, du willst es mobil haben, du willst die ganze Musik irgendwo haben und die hosten und die digital empfangen. So hast du dann iTunes auf deinem iPhone, hast dann gerne dein Mac noch mit dazu. Und was fehlt am Ende natürlich? Die Kopfhörer. Also verkauft Apple auch Kopfhörer. Und eine lange Zeit war es übrigens so, dass Apple mit den AirPods mehr Umsatz gemacht hat als die Firma Tesla gesamt. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht, aber es war eine lange Zeit lang so. Das heißt, einfach dadurch, dass sie überlegen, welche Probleme haben unsere Kunden vor und nach unserer Kerndienstleistung, zum Beispiel jetzt dem iPhone, dadurch erfinden sie neue Produkte, neues Equipment, was einfach die Probleme löst und dafür sorgt, dass die Kunden mehr begeistert sind. Auch Amazon und Co. Also überall kann man dieses Verhalten tatsächlich beobachten, wenn man es einmal bewusst hat. Bei den Garantien, habe ich ja schon erzählt, er bietet, er sagt, es gibt drei unterschiedliche Arten von Garantien. Es gibt die bedingungslosen Garantien, also der Kunde kann jederzeit zurücktreten ohne Wenn und Aber. Es gibt die bedingten Garantien, der Kunde kann zurücktreten, aber er muss bestimmte Bedingungen erfüllen. Also er muss bei den Meetings dabei gewesen sein, die Zuarbeiten gemacht haben, den Online-Kurs konsumiert haben, er muss das Produkt wirklich angewendet haben, 30 Tage lang den Essensplan eingehalten haben, whatever. Und es gibt implizite Garantien, das heißt Garantien, die jetzt gar nicht als Garantie ausgesprochen werden, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir generieren für dich mehr Umsatz und werden mit 20 Prozent an dem Mehrumsatz beteiligt und das ist alles, was du zahlst, ist das eine implizite Garantie, weil sie ja auch heißt, wenn wir keinen Mehrumsatz generieren, hast du keine Kosten. Wenn wir viel mehr Umsatz generieren, hast du zwar Kosten, die werden auch steigen, aber es ist nie mehr als 20 Prozent von dem, was neu dazukommt. Eine implizite Garantie. Und er sagt natürlich auch, wenn du ein Grand Slam-Angebot hast, dann braucht das einen klasse Namen und der Name sollte idealerweise natürlich schon irgendwie erklären, um was es geht und er sollte dich triggern. Also dein Angebot braucht einen attraktiven Namen und der Name sollte die richtige Person auf deinem Angebot aufmerksam machen. Und er sagt auch, kreiere erst mal mehrere Namen und dann kannst du testen und schauen, welcher Name wird es denn am Ende. Das waren die ganzen Inhalte aus dem Buch in kurzer Form. Ich hoffe, du konntest dir einiges mitnehmen und bist jetzt auch ein Stück weit motivierter, dein Angebot zu einem Grand Slam-Angebot zu machen. Denn glaub mir, ein Grand Slam-Angebot ist das, was dein Business massiv verändern wird. Und ich freue mich schon, wenn du unter dem Video einmal kommentierst, was hat dir am besten gefallen und was ist eigentlich dein Angebot und wie könnte man es besser machen? Automatisierung Oh-oh-oh-oh-oh Alles geht wie von allein Oh-oh-oh-oh Marketingmagie Oh-oh-oh-oh-oh Mit Automatisierung So fein